Argon Balance – Einfach ganz leben Sharon Salzberg – wahre Liebe Der buddhistische Weg, mit sich selbst und anderen glücklich zu leben Aus dem Amerikanischen von Gerd Bausch Gelesen von Beate Himmelsstoß Untertitelung des ZDF, 2020 Suche nach Liebe Unser Bild von der Liebe ist aus verschiedenen Stoffen gewebt Aus all den Dingen, die wir von Kindesbeinen an über sie gehört haben Wir erwarten, dass sie uns Aufregendes, Glück, Zuneigung, Feuer, Anmut, Zärtlichkeit Annehmlichkeiten, Sicherheit und noch vieles mehr schenken wird Und am besten alles zugleich Auch die Popkultur hat in vielerlei Hinsicht unsere Vorstellungen verzerrt Da sie die Liebe gleichsetzt mit erotischen Abenteuern oder romantischen Affären Die wie ein Donnerschlag oder sanft wie der Mondschein daherkommen Aufgrund dieser Idealisierung der Liebe Sagen und tun wir Dinge, die wir eigentlich nicht meinen oder wollen Wir halten verzweifelt an Beziehungen fest Obwohl sie notgedrungen im Wandel begriffen sind Uns in Frage stellen oder uns schlicht entgleiten Vielleicht glauben wir, wir bekämen so viel Liebe, wie wir verdienen Und das sei nicht besonders viel Wir sagen uns möglicherweise Ich habe einfach kein Glück in der Liebe Oder Ich bin einfach zu sehr verletzt worden, um liebesfähig zu sein Unter Umständen sind wir auch so zynisch, dass wir überzeugt sind Liebe sei eine armselige Täuschung Einige von uns meinen, innerlich mit dem Thema Liebe abgeschlossen zu haben Da sie ihrer Ansicht nach weit mehr kostet, als sie je geben kann In solchen Momenten, in denen unser Herz verletzt ist Und wir Liebe eigentlich am meisten brauchen Erscheint es uns manchmal als die beste Verteidigung Unser Herz zu verschließen Vielen von uns hat man erzählt, dass liebten wir die anderen nur genügend Und opferten uns selbst auf Es nicht weiter ins Gewicht fiele, wenn wir uns selbst keine Liebe entgegenbrächten Wir könnten durchaus weiterhin darauf verzichten Oder wenn wir eine Freundin, einen Freund oder ein Kind nur tief genug liebten Die Liebe selbst alle Wunden heile Weswegen wir keine leidvollen Rückfälle und Enttäuschungen mehr erleben würden Wenn wir leiden, käme es daher, dass wir bei der Liebe etwas falsch machten Vielleicht hat man uns auch suggeriert, dass es in dieser Welt einfach nur Liebe bräuchte Und es nicht nötig sei, Missstände zu bekämpfen Oder Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten zu benennen Doch abgesehen von all dem Möchten wir als Menschen natürlich ein Leben führen In dem wir dazugehören Mit anderen verbunden sind Und uns in dieser Welt zu Hause fühlen Wir sehnen uns nach Wärme und einem erfüllten Leben In dem sich uns genügend Gelegenheiten bieten Liebe scheint uns all dies zu ermöglichen Intuitiv spüren wir, dass es da so etwas wie eine Qualität der wahren Liebe geben muss Die jenseits der engen Gassen liegt, in denen man uns auftrug, unser Leben zu führen Eine Möglichkeit, die nicht allein ein Ideal oder einfach nur abstrakt ist Wir spüren, dass wir uns noch weit tiefer mit uns selbst und anderen verbinden können Während eines Meditationsretreats in Myanmar kam es zu einem entscheidenden Wendepunkt in meinem Leben Ich praktizierte intensive, liebende Güte-Meditation Und schenkte mir selbst und anderen den ganzen Tag über Wünsche des Wohlergehens Wie, möge ich glücklich sein oder...